. 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 Die Taske traumatische Hange für den Tris. Wir haben nicht so viel Zeit, wegen der Météo. Wir müssen nur die Petzel setzen, bitte. Der Jaune ist zwischen den Jamben. Ich bin nicht gut. Ok, ich bin bereit. Gehst du wohl nicht mit der Wind an oder schwämmen? Was ist denn lieber? Gehst du fast lieber mit der Wind an? Wir sind gerade so geähten und sind gerade drei Meter. Uns vor und hier abwecken. Ja, ich glaube, du machst besser. Dann kannst du ja weg mit der Wind. Jawohl, bist du bereit? Bist du hinter uns zu weit? Ja, weisst du was? Mach ich da fast die Kade. Heeeey, Mats Dutti. Ich verstehe das. Ja, du glaubst du schon. Wir wollen uns aber loslegen, oder? Ja, du glaubst du schon. Ja, du sowieso. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020